Unsere Bestseller-Reihe Das Übungsheft wächst und wächst. Mehr als 70 verschiedene Hefte für jeden Bedarf haben wir inzwischen für Sie entwickelt. Für Mathematik, Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Musik, Englisch oder Französisch. Für Kinder im Vorschulalter bis zu älteren Jugendlichen. Für Lernende mit Förderbedarf bis zu denjenigen, die dem Durchschnitt voraus sind. Damit Sie sich schnell zurechtfinden, haben wir uns für Sie ein praktisches Tool ausgedacht. Den Übungsheftfinder. Mit wenigen Klicks finden Sie blitzschnell das richtige Übungsheft. Beim Übungsheftfinder im Mildenberger Online-Shop begrüßt Sie unsere freundliche Giraffe und die ganze Fülle unserer Übungshefte. Hier können Sie einfach stöbern oder so lange filtern, bis genau die Übungshefte übrig bleiben, die perfekt zu Ihrem Kind passen. Wenn Ihr Kind in der zweiten Klasse ist und Unterstützung beim Lesenlernen braucht, welches Übungsheft ist dann das richtige? Klicken Sie in der Leiste links auf das gewünschte Schulfach. Verfeinern Sie Ihre Suche, indem Sie die Klassenstufe, den Lernstand, Förderbedarf normal oder hoch und den Lernbereich angeben. Hier haben Sie die Wahl zwischen 15 Punkten wie Grundrechenarten, Knobeln und Rätseln, Rechtschreibtraining, Grammatik, Alphabetisierung und mehr. Jetzt zeigt Ihnen der Finder die passenden Übungshefte an. Klicken Sie auf das jeweilige Heft und Sie sehen auf der Rückseite die Kurzbeschreibung, die Zielgruppe, die Besonderheit und den Preis. Von hier aus können Sie mit einem weiteren Klick direkt im Mildenberger Onlineshop bestellen und sicher sein, dass Sie genau das richtige Übungsheft für Ihr Kind gewählt haben.